So ihr Lieben, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier. Tja, es ist jetzt tatsächlich drei Monate her, dass ich den Unfall hatte und mir so ein Stück vom Daumen amputiert habe. Die Ärzte haben wirklich gute Arbeit geleistet und haben das Ganze rekonstruiert. Ich zeige es jetzt mal nicht, aber es ist jetzt fast so weit, dass es alles wieder heile ist. Und so langsam kommt jetzt auch das Gefühl wieder. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe heute mal raus und versuche das mal mit dem Fliegen. Was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist, ich war nicht zu Hause am Simulator, sondern ich wollte tatsächlich jetzt hier rausgehen und gucken, wie das nach den drei Monaten geht. Deswegen würde ich sagen, drückt mir den Daumen oder das, was noch übrig ist davon, dass das nachher ganz gut klappt mit dem Fliegen. Also schaut es euch an. Bis gleich im Video. Also schaut es euch an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.